Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer neuen News heute in der Frühjahr, wenn ihr das direkt seht, wenn das Video rauskommt. Übrigens direkt heute wieder einen Bart Stream. Wir warten auf das neue Update, aber ich habe mir dafür mal, übrigens für die News, mal Dash Pepper hier rausgeholt. Mein arabisches Vollblut und hier seht ihr den Guten und er glotzt so, denn er weiß, was ihn erwartet, denn es gibt etwas Neues über die Araber zu erzählen, denn vor kurzem hatten wir da ja schon was Neues gesehen und darauf werden wir jetzt gleich noch ein bisschen eingehen. So, vor einiger Zeit hatten wir ja dieses Bild hier schon gesehen, aber wenn wir nicht so ganz sicher waren, werden die wirklich so krass teilweise im Spiel aussehen. Was hat das mit dem Zaumzeug auf sich? Und jetzt wurde, passend dazu, noch eine neue Farbe angekündigt. Ich habe es ja wahrscheinlich schon längst auf dem Hashtag gesehen. Das hier ist nämlich eine der Farben, bzw. eine der gerewirkten Farben, die dann eben jetzt noch reinkommen und hier seht ihr eben auch. Generell glaube ich, dass es hier auch so ein bisschen aussieht, als würde man da eine andere Frisur sehen, weil ich glaube, die Frisur gab es auf dem Araber bisher noch nicht. Das wirkte, ich weiß nicht gerade, ob die so extrem kurz geschoren ist oder ob die Mähne auf der anderen Seite drüben ist, weil es gab ja schon diese eine Mähne, die auf der einen Seite nicht ist und auf der anderen so nach drüben gemacht war. Das könnte jetzt sein, dass es eine von den Legacy Mains ist, dann wirkt sie aber trotzdem anders, denn bei den Legacy Mains waren ja gerade die Frisuren nach vorne eher so sehr zackig. Also wenn es eine Legacy Main ist, dann ist sie krass überarbeitet, wirkt aber eher so, als wäre es ein neuer Mähnenstil, der so in dem Stil von dem alten ist. Generell können wir weiterhin sagen, immer nochmal um auf die Sachen einzugehen, die Araber kommen am 5., also nicht bei dem Update heute, sondern bei dem Update nächste Woche, kosten 950, was schon recht ordentlich ist. Und einer kommt nach vor Pinter, welcher das genau sein wird, können wir noch nicht sagen und der Rest dann eben auf die Goldspur-Farm. Ich persönlich muss sagen, dass mir diese Farbe wirklich gut gefällt, gerade so ein bisschen wegen diesen Lichtreflexen gefällt mir das bei den neuen beiden wirklich, wirklich gut. Ich bin tatsächlich gespannt, wenn dann so der Trailer kommt. Der kommt meistens so am Wochenende und dann können wir auch ein bisschen sehen, wie das Ganze dann final umgesetzt ist, weil StarCave arbeitet manchmal noch wirklich bis zuletzt an den Pferden. Deswegen bin ich gespannt, was sie dann final alles noch so mitbringen werden, welche Farben am Anfang reinkommen, ob wieder alle auf einmal kommen werden, wie es beim letzten Mal war, oder ob dann eben wieder so zwei Sets kommen werden. Das ist auch wirklich mal interessant, dass wir das dann wissen, aber heute dann erstmal im Update das neue Grün-Tal-Championat. Danach wissen wir dann sehr wahrscheinlich bald mehr. Ich denke mal, sie werden noch mindestens ein oder zwei Spoiler auf Instagram hochholen, über die wir dann auch nochmal reden werden. Aber vorerst erstmal nur das hier, die beiden, die wir gerade aktuell sehen. Ich bin ernsthaft gespannt, was sie draus machen werden. Nachher dann noch den Wartestream, wenn ihr das noch um 6 Uhr sehen werdet. Würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bin gespannt, was ihr zum neuen visuellen, bildlichen Spoiler des arabischen Vollbluts sagt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und würde mich freuen auf rege Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und einen wunderschönen Tag euch.